Wenn ich an meiner Existenz zweifle, bestreite ich nicht die Existenz selbst. Sondern nur die Tatsache, dass sie mir gehört. Er scheint einsam zu sein. Hat er irgendwelche Beziehungen zu Frauen? Er erklärte es mir so. Je größer meine Gleichgültigkeit ist, desto impulsiver ist mein Interesse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geben Sie es zu. In diesem Moment sind Sie es, dem ich ähnlich sehe. Sie befinden sich vor einem Spiegel.